Ich weiß, dass ich das auch mitten im Spiel verbessern kann. Naja, die Schreine am See-Tempel. Warte mal, ich mach erstmal die Kür, bevor ich irgendwas anderes mache. Na komm schon, so. Ja, bis auf Winter ist da alles fertig am Schrein. Naja, ich weiß ja nicht. Die kann man, glaube ich, hier nicht aktivieren irgendwie. Also, ich glaube mir nur vorstellten, die sind erst aktiv, wenn der hier fertig ist. Und hier fehlt nur Winter. Dann gehen wir mal angeln. Wobei, ja doch, wir gehen mal angeln. Es ist leider so, dass jetzt hier sind auch keine Fische. Wobei wir direkt am Meer sind. Warte mal. Wirst du denn die Fische sehen können? Ah. Ah, da war ich zu hastig. Okay. Ach ja. Ich meine aber, ich habe da auch schon nochmal geangelt und da kam auch Fisch an. Ein blauer Doktorfisch. Und Dori lässt grüßen. Ach ja, dann wird heute ein bisschen Eisfischen gemacht. Ja, eben jetzt schon, ne? Nicht der schönste Fisch, aber extrem beweglich. Kann er nicht sogar auf Land laufen? Ja. Ja. Und da. Ja. 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 Das war's für heute. Wo von mir aus mindestens eine Samensorte verkauft wird, die im Winter wächst. Ja, irgendwie schon, ne? Das fand ich ein bisschen doof. Das wird auch einem absolut nicht gesagt, dass wir hier halt... Ein Flugblatt. Fand ich jetzt nämlich ein bisschen doof. Da hätte man irgendwie... Weiß ich nicht. Jetzt stehe ich hier im Winter. Ich weiß, dass, glaube ich, auch der Rang nicht nur jetzt saisonbedingt halt hochgeht. Glaube ich jetzt zumindest. Ach, Mist. Hm. 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 Und dann zack, die Schubel und die Schubel. Die Schubel und die Schubel. Der Zuck ist nicht so schön. Segn mit einem Schubel. Zuhause, die Schubel und die Schubel. Da war es noch ein. Sollten und die Schubel. Und die Schubel und die Schubel zu machen. ach ja gibt auch schlimmeres gerade weil ich muss sagen ich fand angel bei monster hunter immer ganz schlimm ich kenne nur dieselben jetzt raus weiter ging es eigentlich auch da musst du nur passend einmal drücken und dann war es das eigentlich etwas wird den heil hattest du mir schon mal erzählt ob ich jetzt so diese mir raus können wir denn noch angeln hier könnte man noch mal aber wir gehen erst mal kurz zum heute auf dass sie auch einen tag dazu und dann gehen wir mal kurz sind ist denn sonntag geschlossen okay aber zum schmied warte mal haben hat der auf er hat offen da ist dass der aussamen verkauft jetzt ist er gerade weggegangen hat doch teebeere ja toll hä ach die sau ist gerade auch weggegangen hätte ich mir eigentlich auch merken können kannst du den flüssen angenommen vom leuchtturm rechts an der küste ganz links oben vor der mine der hat immer am wochenenden offen ach so weil der da auch steht grad stand dass er offen hat aber wundern ich möchte jetzt gerade na egal dann ist das so moment also steht doch da aber da frage mich warum hier steht bens wohnwagen offen das ist dann komisch ach mein inventar ist voll ach da brauche ich jetzt gar nicht auch hier hingehen aber gehen wir erst mal zum museum hin weil die fische die ich da habe die habe ich nämlich die habe ich noch nicht geangelt bis jetzt dann werden die jetzt verkauft die ich jetzt hier habe ach da gehen die richtig einnahmen flüten jetzt ach jetzt aber jetzt gucken wir mal was wir so in den koffer haben ok jup 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 ok zweimal terrakotta ok ab ins museum die gegenstände abgeben jo was geht die gegenstände abgeben jo was geht ich versuche mich ein bisschen auch zu haltern weil mich das ein bisschen abfuckt oh ja und wie weil mich das ein bisschen abfuckt oh ja und wie ja hast du was nehm ich nehm ich ach scheiße einer von vielen welchen die von ihren schöpfern im jenseits dienen sollen weiß nicht er ist wie angewurzelt die sind alle wie angewurzelt in berlin gibt es ein drohentaxi ja schön gut zu wissen weil du kannst eigentlich bestimmt nichts mit einem terrakotta anfangen glaube ich denke ich mir bei terrakotta ach egal aber wo nix naja sie kriegt auf jeden Fall keine artefakte mehr ach dann gehen wir noch ein bisschen angeln ich könnte doch die mine durchforsten wo kann ich denn hier gut angeln ich glaube hier ich komme mir gerade vor wie hochsee fischen ach ich sehe schon morgen bin ich voll übermüdet wir haben schon fast elf uhr der will aber absolut nicht der zickt ja immer rum jetzt hast du Pech gehabt ein Doppel ja aber das Problem was ich an angeln habe es ist nicht so spannend knapp ist zwei hattest du irgendeinen Flug ach das war nö ich wusste dass das irgendein Schrott war hat es auch bis zwei achso das meinst du ja okay noch ein Doppel ich könnte doch wieder in die Mine gehen aber in den Mine hatte ich eigentlich nicht so wirklich Lust zu da wollte ich mir erst ganz viel Peperoni machen und dann Bomben ach das ist doch wieder Müll ach ne ein Flugblatt ich mach lieber drei es ist Doppel ich glaube jetzt bei Doppel lass mir den Spaß jetzt schöne ist das kann ich auch in dem Video von OBS gerade gucken da muss ich hier nicht viel hier nebenbei in meinen Spiegelmonitor gucken ach irgendwie mag ich die Stelle hier nicht ich weiß nicht irgendwie kommt mir die hier so komisch vor aber wo wollte ich denn hingehen ich wollte hier hin hingehen das kommt mir komisch vor wo kann man denn noch gut angeln ich war recht wo ich gut angeln könnte der damen fluss jetzt nicht nee da wollte ich noch nicht hin ach guck mal nee zu dir wollte ich jetzt eigentlich nicht hin ich bin ja weiß ich dass der im luft laufen kann weißt du was sie wieder zurückbringen du solltest chatroom stating apps sind im fall eigentlich zum super naja weiß ich nicht so ja aber irgendwie hast du das schon recht ich warte noch mal ich habe jetzt hier den affenhändler wollte ich mal gucken ob der im winter jetzt was anderes hat es sieht ja schon schön aus im winter oder war nicht hier aber da oben was hast du jetzt zum verkaufen und nämlich gerade dass er die immer noch verkauft aber ich glaube ich kann die trotzdem nicht anbauen aber wundern dass er die verkauft tue ich mich trotzdem ja sie geht ja nicht warum verkauft er die denn dann er ist eine affe warum verkauft er überhaupt etwas wenn man so kann man auch so fragen ach ich wollte ja butter machen ach ach das wollte ich noch mal wissen wollen wir noch mal kleinen joghurt so dann gehen wir doch mal zum aber ich meine hier angelt ich meine hier beißt auch was an ich meine hier habe ich das erste mal geangelt und da trotzdem was angebissen kann ich kann mich jetzt aber auch erinnern das ist ja schon ein bisschen her ich meine wenn ich jetzt kassisse hier kommt auch ein fisch ich habe eine garnele gefangen echt du hast nur müll rausgekriegt ich meine hier entweder war das hier oder der andere da habe ich das erste mal geangelt und da habe ich auch ein paar fische rausgekriegt halt immer ordentlich riesen schlammspringer aber wir gehen jetzt mal zu dem hafen weil das mit dem schwarzmarkt ist das nämlich gerade schon wir haben ja dienstag beziehungsweise ich gehe erst noch mal zu kurz zum museum ja der hier aber ich muss sich beide abgeben den habe ich noch nicht denn habe ich schon abgegeben meine ich ja ich gehe gleich eh noch mal hin ich wollte jetzt eh kurz zum schwarzmarkt wenn du saßt der ist da ich hatte mich nur gewundert weil ich ja schon mal da war wahrscheinlich war ich dann am falschen tag da und der nicht aufgetaucht ist wo ist denn der dann muss der ja hier sein oder nicht oder war das 20 uhr der doppel war noch nicht abgegeben ach so ach so ach so 20 uhr ja okay ich gleich noch mal hin ich hoffe ich irre mich gerade nicht ich meine das war auch nicht saison bedingt dass das letzte mal freigeschaltet worden ist ich glaube das war einfach so mittendrin in einer woche und dann doch das war wirklich so das war mitten in einer saison ich glaube es war frühling oder das sommer ne ich meine es war herbst und da hat sich das auch auf einmal verbessert und dann hieß es ja der verkäufer hat aufgrund dessen dass der rang sich jetzt erhöht hat hat er neue sachen zu verkaufen aber ich kann mich auch gerade irren und dass ich da irgendwas zusammgereimt habe ich weiß es nicht mal hundertprozentig ich hab das ich meine ich hätte das gefühl dass ich das entweder hat er der mitten drin auf einmal neue saison gehabt oder ähm oder das war so dass er dann ach ich weiß es gerade nicht mehr genau wo ich mir jetzt irgendwas im kopf und kran rede was ich glaube ich lieber sein was das angeht dann angele ich da und warte auf ihn warte mal ich war hier noch selten an dem an der ecke hier ach komm können wir eigentlich auch mal hier jetzt hätte ich gerne die andere hake die silberne schon so kriegt man auch ausdauer weg also wenn man koffer braucht dann kriegt man die immer so so der meiner guck mal ein buch so jetzt guck ich mal nach was der da hat ah okay 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 boah sind die teuer oh mysteriöse geode alter silberbahn von 9000 die kann ich selber herstellen äh schrott warum nicht ähm der interessiert mich den nehme ich mit und den den nehme ich jetzt ach mein inventar ist voll warte mal warte mal kann ich mich hier ne warte mal ah okay dann muss ich ganz schnell dahin ach da da war da war der hm doch udah da 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 jetzt bin ich aber ich habe noch sachen produktion so ist ja nicht doch dann haben wir noch ein bisschen die ausdauer weg jetzt vielleicht krieg ja noch so war das eine oder andere körperchen daraus na toll na dann will ich nicht so wirklich viel raus und ich tue es am nächsten morgen so es ist ja schon passiert mein hund meckert leider schon mit mir ich gehe mal eben mit mir raus ja ich gehe jetzt auch gleich offline weil ich muss eben morgen wieder arbeiten heißt den nächsten tag gehe ich halt offline was das hier angeht jetzt noch mal zum museum kipp die sachen da ab ja nee das mache ich jetzt nicht wird jetzt schon extra schon eingeladen dass ich da freitag mit mit essen kann zum mittag und dass ich da nichts bezahlen muss also bezahlte mittagessen krieg ich da das möchte ich halt nicht gerne machen er kann abgegeben werden er kann abgegeben werden der bereich ist noch nicht offen gehen wir mal ins rad raus immer noch nicht ich habe echt das gefühl das könnte damit zusammenhängen aber schon mehr da muss ich muss ich mal gucken ja vielleicht ist das ich weiß nicht ob das jetzt schon mehr ist vielleicht ist das jetzt auch ich kommt das jetzt nicht mehr vor aber vielleicht aktualisiert sich das gleich ja noch ich glaube aber nicht dass ich da in die nächsten zwei folgen da sich was ändern wird also in die nächsten zwei tagen keine ahnung wie ich das dann höher kriegen soll auf die schnelle und ich hatte ich noch nicht da kann ich nicht da will ich nicht angeln hier wollte ich angeln ach was zu trinken habe ich nicht mehr da kommt ein fisch habe ich gar nicht gesehen aufgrund des mondes ja gut dann wünsche ich euch noch gute nacht vielleicht komme ich ja morgen mal bei mir im stream am abend vorbei dann zeige ich dir wie man das macht ja 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 das wäre schon nicht schlecht ach 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 nee lass mir lieber sein selbst das kostet ausdauer krass ich will mal schnell schlafen gehen hier ich will mal schnell schlafen gehen hier dort um kippe und das ding habe ich immer noch nicht vorgekriegt ich kann immer noch kein reis machen wenn ich ein bisschen komisch ein köder habe freigeschaltet und ein bisschen kohle gekriegt